ja hallo leute ich bin es wieder euer masterkiller wir sind heute wieder in tarkov unterwegs und aber wir werden nicht heute spielen sondern was ich mache ist dass wir wieder uns gedacht haben um gif away zu starten und zwar wollen wir ein factory für gif away jetzt muss ich noch tatsächlich sagen der ist von unserem croissant und chris also dafür danke dann hat er quasi uns gesponsort sag ich mal jetzt damit wollen wir uns natürlich wieder für den support von euch bedanken die videos machen ja ein bisschen arbeit allerdings hat man ja auch ein bisschen spaß haben die videos zu machen und wenn man da ein positives feedback drauf bekommt das ist natürlich wunderbar für uns ein bisschen ist es natürlich auch an bedingungen gebunden das ist in erster linie natürlich solltet ihr ein like da lassen ein abonnement und ein kommentar einfach mit dem hashtag factory normalerweise wäre das jetzt hier sag ich mal vorbei aber ich habe mir jetzt einfach noch überlegt und zwar wenn wir bis freitag 50 likes bekommen also 50 daumen nach oben dann würde ich einfach noch mal 500.000 rubel mit oben drauf haben also wäre wirklich toll wenn ihr das video dann vielleicht auch teilt oder wie auch immer verbreitet dass man auf die 50 likes kommen und dann habe ich dir 500.000 rubel am freitag mit drauf wie gesagt am freitag da macht dann mein bruder dann auch die auslösung für das video und da wünsche ich eigentlich allen die daran teilnehmen viel glück ansonsten bin ich gespannt dass euch das mal die 50 likes auch erreichen bin ich echt gespannt schauen wir mal und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen somntag beziehungsweise das video kommt morgen raus also montag und natürlich eine schöne woche und wir sehen uns dann nämlich wieder bis dann ciao